genau raptor solche games solche games sind klasse diese umgebung dieses dieses drumherum dieses gameplay natürlich auch das sind horrorspiele das sind eindeutig horrorspiele noch eine kassette mit brauchen wir ja für fotos das sind für mich horror games leute schlag die ehrenmann ich und ehrenmann ihr seid die ehrenmänner und ehrenfrauen ich spiele nur heute haben sie frauen und kinder gebracht die mental bisschen halluzinationen von reality forse blablabla wer nun gott weiß alles klar kriege ich hier noch eine benzinhose ja ich bedanke mich bei euch natürlich vielen vielen dank leute für den ganzen support für die klicks für die beleidigungen und natürlich auch für die ganzen geschenke haben wir jetzt alles hier aufgesackt oder geld schaden finde ich auch also tiktok schaden tiktok schaden das ist nicht benzin doch ich glaube den habe ich auch schon eingesetzt scheiße nichts jetzt geht natürlich an alle von euch rausläuft alles klar sagt danke dass du da warst ich brauche einen schluck jetzt haben wir den salat leute jetzt haben wir hier diesen salat wurst salat weil das die sind alle männlich und ohne kopf schade lecker essen ja fleisch hey basta vielen dank der buster wird hier noch pleite was das bild los lasst das bild los komme ich schlag die mit einem bild der stelle ist das bild nicht los der geteilt ist das bild nicht los da ist dieses scheiß bild nicht los es wird ja wie gesagt ich werde die ausmachen diese diese ok da hängt es was wäre es hat der hat sie ja genau das stimmt allerdings ok alles klar jetzt macht es also ein bisschen hierhin auch nicht hierhin auch nicht hier auch nicht bautiger jetzt lächst jetzt lächst das ist aber falsch oder kann ich dir wieder mitnehmen ne den kann ich nicht mitnehmen und da muss der junge drauf oder was wo haben wir hier so ein jungen foto da ist der junge jetzt verstehe ich jetzt verstehe es jetzt jetzt macht es sinn da muss das haus sein ich auch nicht mehr quack das wird zu einfach zu oft gespielt warum gibt es hier so wenig feuerzeug wie viel habe ich denn noch in meiner lampe drin ja die schlug drei viertel vorhin halb drei viertel hey stefanie ein bisschen warfen als nagelpistole ich glaube ich glaube es ist alles besser als die nagelpistole von vorhin ich schlaufe ich schlaufe die nie wird das beendet ok denke ich bock kalt es ist so es ist so was ist mit der danke für's subsmoker und wieder dank küsst dein herz küsst dein herz küsst dein herzen küsst all eure herzen natürlich Mein Puls, ja der ist gerade wieder ein bisschen high, high on stage. Seht ihr die schöne Dame im Hintergrund? Das stimmt schon, das damals übel. Ja, schüttel. Ist hier was? Ja, Benzin. Ich brauche Benzin. So, we know what you mean, Michael. Wir wissen, was du meinst, Michael. Hey, Mehdi, vielen, vielen Dank fürs Follower. Vielen, vielen Dank. Hä, du folgst mir doch schon, Mehdi, oder? Bin jetzt doof, Digga. Gell, Andrew, finde ich auch. Also das Spiel gefällt mir jetzt schon besser, wie das vorhin. Definitiv. Echt? Ja, warum? Also, wie gesagt, vorhin, dieses alle guten Dinge sind drei. Ich glaube, das ist das gute Ding Nummer drei. Du warst morgen letzten Schultag, wie geil, Bruder. Ich, ich muss noch arbeiten. Bis Freitag. Ja, das ist der Chill-Bereich, Stefanie. Der Chill-Bereich. Das ist so, ähm, dieses, äh, Massage-Wellness-Bereich da. Ich schüttel auf Kreuz zu fotografieren. Das ist der Junge, den wir gesehen haben. Ja, da steht jemand. Seht ihr das? Also im Bild. Das ist der Junge, den wir gesehen haben. Der war zu spontan, Jan. Ja, definitiv. Der war mies. Der war aber auch schlecht gemacht, oder? Also, der war so schlecht, dass er uns aber irgendwie trotzdem erwischt hat, Digga. Ich isch fleisch, ich isch fleisch niemals, Gemüse. Ich isch fleisch, ich isch fleisch niemals, Salat. Kannst ich die Pillen mitnehmen? Die Pillen sehen aber aus wie von dem anderen Spiel. Hey, Mädel, vielen Dank fürs Samt, Digga. Vielen Dank, Christophers, Bruder. Ja, natürlich bin ich morgen am Streamen. Leute, morgen bin ich aber erst nicht vergessen. Morgen erst ab 21 Uhr bin ich am Streamen. Nicht 20.30 Uhr, 21 Uhr, Leute. Nicht vergessen. Gut, hier ist die Pumpe. Voll, Anime. Mega hoch. Das war, glaube ich, ein Bug. Da kannst du dir wieder in den Kopf zusammenbasten mit den ganzen Körperteilen. Ja, das stimmt, definitiv. Ah, Körper, ja, das stimmt. So, wir müssen jetzt hier, das sieht doch eher aus wie diese toten Kammern. Oder? Das ist diese kurze tote Kammern und das ist diese lange tote Kammern. So, oben ist... Was heißt denn das? Auf? Ah, was heißt das? Auf, auf? Oh, die geht... Ah, warte mal. Leute. Ist das durchgestrichene zu oder auf? Durchgestrichene ist zu. Also gut, das gestrichene ist zu. Passt. Dann lassen wir es so. Ähm, zu, zu, auf. Zu. Und auf. Digga. Ja, das ist das harteste. Du bist... Das ist ganz hartes Rätsel. Das ist mega schwer, Digga. Also... Und die erste und das dritte. Oh, der war nicht hier. Ah! Okay. Dann... Wieder rauszustellen. Arifah, gute, gute Nacht. Ich habe gar nicht gelesen, dass du gehst. Gute, gute Nacht. Danke, dass du da warst. Was? Er ist schon nicht hier, Digga. Eins, zwei, drei... Ah, das war's. Okay, falsch. Jetzt müssen wir die Türe bauen. Und ich geh hier nicht dran, Bruder. Da kommt doch wieder der Aufzug. Ah, hier gibt's jetzt eine Trempe. Das Spiel ist doch gut, oder? Das ist doch ein gutes Spiel, oder? Ich glaube, das Spiel hat sich jetzt gelohnt. Jetzt hat Alex gezuckt. Ja, endlich, Alex. Endlich. Ja, ich auch eine Ordnung. Ich auch. Ähm. Klasse. Das hast du sehr toll gemacht, Neufrei. Sehr geil. Alles klar, Mavi. Vielen Dank, dass du da warst. Gute, gute Nacht. Danke, dass du da warst. Ich mag's ja. Sehr gut. Servus, GTR. Spielaufstreik. Sehr geil. Ah, dafür ist es gewesen. Jetzt. Diese Stelle weiß ich, die kenn ich. Die hab ich schon gepostet. Und ich hab die bei TikTok schon gepostet. Diese Stelle. Safe Game. Ernsthaft? Jetzt erst ein Safe Game, Digga. Sehr gut kann man auch. Wie geht's dir? Du bist leise. Ich bin leise. Findet ihr mich zu leise? Findet ihr mich zu leise? Findet ihr mich zu leise? Der hat Medikamente nicht da holen. Nee, passt nicht. Das war gefährlich. Ganz heiße Nummer hier. So. Zu diesen Game-Meinungen sehr gut, TR. Gefällt mir gut. Was ist passiert hier? Du musst auf Videocameras stellen, um alles zu verstehen. Find ein Platz zu installieren. Also, jetzt müssen wir einen Platz suchen, um unsere Kameras zu installieren, die wir haben. Ja, wahrscheinlich einmal hier, oder? Nö. Schau nicht. Wo würde man Kameras installieren? Bild an der Wand. Hab ich gar nicht gesehen. Warte mal, warum mischt denn der Strom aus? Da. Da. Da läuft jetzt so. Da ist wieder der Junge. Und hier muss die Kamera hin. Das finde ich jetzt ein bisschen geil, dass die uns das sagen. Hey Mimi, hallo. Im Schlafzimmer. Zombie. Zombie-Releable-Glabel-Fühlchen drin. Die ganzen Schlafzimmer. Und der Dusch ist auch gut, Femme. Das gefällt mir auch. Ja, wie gesagt, ich werde es auch nochmal zocken, Franzi. Irgendwann in den Urlaub jetzt. Das lasse ich auf mir so nicht hocken, dass ich das Spiel abgebrochen habe. Vielen Dank fürs Follow, Yvonne. Vielen, vielen Dank. Küsschen, geh raus. Danke, danke, danke. Dann werden wir alle Schränke abklappen. Film, geil. Da ist eine Spritze. Guck mal hin. Da, du. Nee, okay. Da liegt nichts rum. Das heißt, wir müssen irgendwas fotografieren. Ich vermute den Fernseher. Ich vermute den Fernseher. Jetzt ist das Licht ausgegangen. Ah ne, ist es noch gar nicht. Können wir jetzt gucken, was passiert ist? Genau, Aldo. Genau. Du sagst das. Das war der Wecker. Hey. Wie geht's? Alles klar. Alles klar. Alles klar. Bis gleich. Müssen wir jetzt so ein Bild hier fotografieren? Warte mal. Ich bin ja schon wieder leer. Guck mal weg, die Captain. Digga, wie macht ihr das wieder weg? Huch. Falsch. Warte mal. Nicht drauf. Ähm. Tun wir mal die Cam wieder aufladen. So. C. Okay, wir sind nicht. Alles klar. Quellisch überall, genau. Quellisch überall. Wie viele Kameras haben wir? Wir haben nur eine, Stefanie. Aber wir haben so, ähm. Ich glaube, zehn Fotos können wir jetzt machen mit dem, was wir haben. Was ich suche, keine Ahnung. Weiß ich noch, ehrlich gesagt nicht. Kollege? Okay. Das war geil. Aber hab ich gewusst. Oh Gott. Auch nichts. Der Schrank, der war schon. Gehen wir nochmal in den anderen Raum. Danke, Franzi. Vielen Dank. Die Filme auf TV. Hier ist aber nichts. Ah, warte mal. Hier sind Schränke. Da haben wir nochmal im Griff. Sehr geil. I think I need to be careful of this room and take a photo. Was willst du? Was willst du Foto machen? Mach ich jetzt erstmal den Griff rein oder was? Ich weiß ja nicht mal, wo ich das Licht ausmache hier. Ich weiß auch nicht mal, wo der Griff hin muss. Hallo Fatosh. Hello, hello, hello. Aber das Foto ist wieder okay. Warte. Ja, Debbie, vielen Dank, gell? Vielen Dank für den Support. Und danke, John, bei dir auch. Vielen Dank für den Support auf TikTok. Ah, jetzt liegt hier eine Kerze. Da war eine Leiche. Bruder, den Bruder hat es erwischt hier. Mitten im Gang. Einfach umgefallen. Schlacht die Familie, genau. Willkommen im Schlachthof beim Schlachthaus. Was denn? Du, du was hast? Was für Probleme, Digga? Mach Sicherung an. Ich schüttel den Speck. Der Speck schüttelt sich von selber, Mia. Muss ich, Carlo. Ich muss sie wackeln. Genau das wackele ich. Das gehört so. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass das passieren wird. Deswegen hab ich mich nicht erschrocken. Ich hab's gewusst. Hier passierten Jumpscare, Leute. Da. 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 Welche Tür? Hallo, hallo, hallo? Ne, die ist neu. Die ist neu, glaube ich. Ist eine Truhe reingeflogen, okay. Vielen, vielen Dank für die Truhe. Hab ich keine Mitbekommen. Vielen, vielen Dank für die Truhe, Digga. Was ist das denn für eine Truhe gewesen? Hab ich die mitbekommen. Boah, ist das ekelhaft, hier, Digga. Boah, ist das ekelhaft. Hey, Sebastian. Danke, 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 Sebastian. Vielen Dank, Sebastian. Ehre, Mann. Ehre, Mann. Okay, huch. Alles klar? Fällt eh nicht auf, wenn das Ding hier auf dem Boden liegt. Können wir uns reinsetzen, oder? Sollen wir mal ein Foto schießen? Weil er war nicht so nah, Bruder. Alles klar, Franzi. Auch nicht. Auch nicht. B. Das wäre jetzt hart, Ne, wenn es an deine Tür jetzt geklopft hätte. Digga, ganz anderes Gefühl. Nimm mit. Hier kann... Können wir es nirgends anbringen? Was für ein Ding? Was für ein Ding will ich bewegen? Hä? Was für ein Ding will ich jetzt bewegen? Diese Heizung, oder was? Bruder, ich glaube nicht, dass du die bewegen kannst. Okay. 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 Äh, die Tür ist weg. Die Tür ist weg. Die Tür ist weg. Schmeckt gut. Münzen schmecken immer gut. Nice Dusche. Ja, findest du schon nice. Also, ich find Badewannen besser. Die Rollstuhl bewegen können wir noch probieren. Ich auch anime. Ich auch, Digga. Startaus, muss ich was bezahlen, wenn ich dich abonniere? Ähm, ja, aber die Preise macht TikTok. Also, ähm, sind nicht meine Preise hier zum Abonnieren. Auf TikTok. Und auf Twitch auch nicht. Also, Abo-Preise, ähm, das macht alles TikTok. Da bin ich nicht dafür zuständig, leider. Weil wenn's nach mir gehen würde, würde's einen Euro kosten. Aber ich bin egal, Speckdowels. Komm, das wär mir egal. Da liegt ein Eimer. Wo liegt ein Eimer? Wo liegt ein Eimer? Ernst, Digga! Ernsthaft? Danke für den Hinweis mit dem Rollstuhl. Aber jetzt ernsthaft, Digga? Wir... Also, wirklich! Also... Also, das ist wieder so eine Sache, die hätte man sich vielleicht ein bisschen anders überdenken können. Du, da brauchst Hilfe. So... Oh, Mann, das zickte mir! Oh, Mann, das... Diese scheiß Marienkäfer hier, ey! Junge, du hast mein Leben geballert, grad, du Hund. Ammonakor, der scheiß Marienkäfer, blöde Hund, ey! Meine Fresse, Alter! Dieser scheiß Marienkäfer, Digga! Der hat mein Leben gefickt jetzt, ohnehin, Digga! Boah, dieser dumme Jarracke, Alter, ohne Scheiß, Digga! Boah, Scheiße, Digga! Oh, sorry, Leute! Oh, fuck, Alter! Ich scheiß, dieses Ding hat mich grad voll geballert, Digga! Voll, Alter! Junge, 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 Junge! Boah! Mein Greenscreen auf TikTok spackt auch volle Kanne ab, Digga! Ne, macht er auch nicht, Bruder! Foto von dem geht auch nicht. Und nun... Echt, wer ist gekommen, geht her. Eltern, oder? Digga, was muss ich jetzt machen schon wieder? Bruder, gib mal irgendwas, komm! Kann ich für dich spülen, kann ich irgendwas, kann ich dir was Gutes tun? Keine Ahnung, was aufgabe Spaß da hier. Kein Plan, Digga! Jackson, hört sich dafür nicht schlecht an. Ey, Blutgruppe, Frittenfett! Vielen Dank fürs Follow, Bruder! Warte mal! Ja, genau, Digga! Ja, verschiebt ein 2 Tonnen schweres Ding! Einfach so! Genau, Bruder! Jo, kann man machen, Digga! Kann man machen! Kann man einfach machen! Kann man definitiv machen, Digga! Wie zur Hölle kommt man auf so eine Idee? Das war jetzt Zufall, weil meine Maus dicke geworden ist. Der Kreis hier, der wird dann dicker. Das habe ich gesehen. Voll Zufall! Ja, Filoja, äh Mia, ich behalte den Käfer da, damit solche Clips in Zukunft entstehen. Ja, ich geh mal duschen. Ciao! Dein Avatar ist einfach so, er kommt auch so rein. Welcher Avatar? Ich weiß gar nicht. Ja, 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 ich weiß gar nicht. Ja. Aber ich habe meinen Ton zu leise. Ups. So, jetzt können wir endlich weiter, Digga. Geil. 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 Geil.